Hallo, Clemens Millauer da. Wir machen heute einen kurzen Check über mein ganzes Setup und jetzt geht es speziell um den Boot. Also ich persönlich fahre den Burton Iron Boa. Das ist wirklich seit ich glaube vier oder fünf Jahren schon mal absolut der Lieblingsboot, weil es hat zuvor eigentlich nur den Burton Iron mit diesem Fast Lacing System gegeben und jetzt haben sie einen entwickelt mit einem Boa System und ich finde was jeden betrifft ist immer das Boot einfahren. Es ist absolut nicht cool, wenn man den Boot am ersten Tag fährt, einfach weil es sich steif anfühlt, man fühlt sich nicht so wohl drinnen, das Board reagiert über weil er einfach so steif ist zu Beginn und bei dem Iron Boa ist es so, dass wenn ich dann einfahre, dann habe ich eben das Bohr und lasse es am Anfang ganz locker und offen und wenn ich glaube, okay jetzt ist der Boot schon ein bisschen eingebrochen, dann drehe ich immer bei jedem Run einmal das Bohrsystem nach, bis dass er wirklich wieder komplett eng zugedreht ist und steif ist und somit habe ich eigentlich das ganze mühsame Einfahren nicht und ich fahre den Boot auch wirklich ewig. Ich bin wirklich, ich glaube 150 Tage im Jahr am Berg und ich wechsle eigentlich kaum Boots und das ist für mich extrem wichtig, weil ich eben nicht jeden Tag einen neuen Boot einfahren mag und deswegen ist bei mir eindeutig der Iron Boa mit Abstand der beste Boot, den wir es je finden hat können. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.